wer schweinschirms gibt mir saftiges tost war ich zu laut hast du das problem auch gerade ich sie eine bienen meine bienen eine biene stock alle mitnehmen da oben komme ich nicht dran bei den baum ich treffe ihren erdpenis gesetzen oder so hallo kleines bg von dem million habe ich jetzt nur noch elf stück übrig ich kann schon viel vor gegessen ich sollte mal lernen nicht zu sprinten wenn ich so wenig zu essen doch dann erst recht naja ich finde ich will gerade so viel unterwegs zum fressen das haben wir hier okay immer den kopf ein bisschen oben hat die gute musik da drin gut ich habe gerade sonst habe ich immer in dem laufen gehabt das habe ich mal komplett muss da über die laufen hat mag die musik ja voll geil wukus wukus sterbt wow will euer fleisch haben sterb schafe dürfen leben bleiben schmetterlinge schmetterlings schmetballs gab es ja eigentlich diesen cash auch ne keine ahnung ne zirb 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 können nur die geräuschen sein genau ne das war ja so ein extra mod stimmt ja aber ja mit den mit den bienchen und blübenchen und den bäumenchen ne nimm die anderen dinge auch mal wieder mit diesen court garden ja und so ich fress den scheiß schon damit ich sterbe aaaah wo sehe ich das ja vermehrt wenn man die hinsetzt ja irgendwo hab ich die angepflanzt irgendwo in die kiste eingepackt oder einfach im backpacker du hast ja irgendwo in die kiste gepackt ich will jetzt hoffen was haben wir hier? hier haben wir tropical garden einfach alles mit mir ja komm wir ja noch gebrochen mokos mokos wir sterben weil ich hunger habe meine rechte Arschbacke tut gerade weh he 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 gaud mokos 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 ja hier sind ganz viele kühe ja irgendwie finde ich ja dauernd kühe weißt du ich finde keine kühe ja ich habe auch unterwegs noch keine kühe gesehen schweinchen schweinchen pferde und schäfchen aber keine kühchen ö ö Keine Mumus. Keine Milkas. Keine Milkas? Keine Milkas. Hi. Weil jeder denkt, eine Kuh wäre lila und die Milch kommt aus dem Tetra Pak. Ah. Und Strom ist gelb. Ja, ist klar. Du bist so behindert, ey. Was denn? Nicht was denn? Du bist einfach behindert. Das ist nicht meine Sache. Das ist nicht meine Schuld. Nein. Oh. Da war die Schlucht. Runtergeplumpft? Ja, ein bisschen. Und warum nicht ganz? Damit ich sterbe, ne? Ja, genau. Und wenn du eine Freude hast, ich weiß. Genau. Ich weiß gar nicht, wie ich den Berg gleich runterkommen soll, aber egal. Okay. 22 mal Fleisch. Oh, Cheetah. Bisschen Cheetah. Und wenn man auch ohne was losläuft, ist auch gut. Komm, ist so ein Gebilde. Hm? Ach, so ein komisches Kommil-Stone-Gebilde hier. Ach so. So zwei Kreuze auf dem Boden, keine Ahnung. Ach so, die Dinge. Wollen wir auch nicht darauf schlau werden, wofür das sein soll. Oh, ich hab ne Kuh gefunden. Schlacht. Schlacht. Das war ne erste Kuh, die ihr findet und die Schlacht findet ihr gleich. Klar. So ein Alter ist Mörder. Quatsch, ich bin kein Mörder. 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 Mann, ich bin kein Mörder. Mörder, wa? Oh, ich bin Hungry. Du bist Hungry? Hungry. 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 Ja, du Kuh, du stehst hier grad zum Bett rum. Sterb. Du wolltest doch geschlachtet werden. Kein Wasser mit. Genau so wie du hier. Aha. Ähm. 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 Ja. 17 Leder hab ich schon wieder. Hm. Sterb. Gucken, was wir hier wieder gefunden haben. Meins. Uh. Ah, noch eins. Sterb. Kann ich hier besser runter? Äh. Ich klau auch nicht. Ich klau noch. Äh. Noch mehr. Okay. Aua. Karaten, die wachsen ganz schön viel hier. Aua. 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 Aus78 springt aber auch nur eine Hungerkeule. Aua. 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 lead hat noch nicht viel geholfen. Aua. Aua. Einheitser bottle. Aua. 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 warum machst du das mach doch gleich mal ein handicap jeder hat jeder darf einmal bei einer aufnahmesession jemanden handicap geben das ist schon voll geil das noch das den ganzen tag nur eine schaufel benutzen oder holzwerkzeug jawohl ich finde das voll lustig du hast ihn nicht mal das ist bitte mabel sein bestimmt jetzt sand soft zone und queen blauen bei den ja ich sage jetzt baum ständer wo ich limien sage alles klar eco light ist auch hier in die green shadow edition ich bin direkt ins wasser rein und ich habe mich noch nicht mal gekriegt das war egal muss nach hause darunter war war lavala war ja ist klar ich habe nicht gehen nein nein du noch nicht ich schleiche mich mal durchs wasser den der wasser ninja oh die gröner was gibt es denn auf dem grill spinnen du hast gesagt grillen dann frage ich das und sagst du Spinner was denn jetzt ich glaube du weißt auch nicht was du möchtest blablabla blablabla zombie brain friss ich bin vergiftet ich habe ganz viele zombie brains bei mir ich treffe so den jackpot zombie bei zombie brains dass ich den negativen effekt bekomme ich habe den effekt jetzt gerade nicht gesagt was nigger negativen effekt negativ effekt toll und jetzt finde ich salz super oh warte mal dann habe ich eine pickaxe oh ich muss was essen das war jetzt nicht geil frag mich was das ist ananas die karte hätte irgendwas angezeigt keine ahnung was das hände es muss auf jeden fall in der richtung gewesen sein nur suchen nur suchen oder gerade hier so aber dass man ich dachte man verliert noch vorher ein bisschen schaden ähm nein nein man verhungert ja direkt naja man verrückt direkt das ist Lava so instant so BAM so richtig klatschtod ich war auf jeden fall in einer berg nähe ich bin mit der eisenkölle direkt auf den kopf bekommen das war auch wichtig oder er gesagt wenn du vom am bus erschlagen wolltest genau so Batsch jetzt muss ich suchen weil ich den strahl noch nicht finde mein pipistrahl dein pipistrahl ne vor allem da will ich wennemd Musik leiser machen was mache ich mache ich dich leiser tattel ich habe den richter verwechselt eben joa kann man ja mal machen ne ja liest du doch ne ist nix die Frage die Fragen alle Fragen wo bin ich langgegangen das sind die Fragen alle Fragen du bist so behindert lalalalalala warum bin ich behindert warum wohl einfach weil du behindert bist ne doch die Fragen alle Fragen die Fragen das war ein bisschen weiter oh ein lila Lavasee ein lila Lavasee ein lila Lavasee ist klar die echt schöner es könnte man nach einem baden gehen drin was ist unser lieber Lavasee der lila Lavasee lalalalalala hmm das ist warum findet man es denn nicht kacke ja das zeug wo du hast du dieses wachs machen kannst du kannst du auch wäschi wachs machen wir das damit auch klar wäschi wachs nehmen